Kunst und Kultur im Innviertel, der Podcast mit Gästen aus der Innviertler Kunst- und Kulturszene und unserer Moderatorin Katharina Spannlang. Willkommen zum heutigen Podcast Kunst und Kultur im Innviertel, wo wir heute über Musik und Jugendkultur sprechen werden, weil ich mich sehr freue, dass der Simon Kramberger da ist, der ganz viele unterschiedliche Bandprojekte hat, wo ich noch mehr dazu erzählen werde, und die Angelika Weinberger vom GUC in Braunau. Angelika, du bist die Geschäftsführerin und künstlerische Leiterin vom GUC, du bist schon seit 2020 und davor auch schon seit 2016 im GUC aktiv. Ja, ganz genau. Und du hast Theaterfilm und Wienerwissenschaften studiert in Wien, hast auch dort längere Zeit gearbeitet in der Wallfischgasse und auch im Lustspielhaus, also auch als Regieassistentin der Kunst, auch aus der Praxis, also nicht nur so aus der Leitungsfunktion, sondern hast da wirklich sehr viel praktisch gearbeitet im Theaterbereich und bist inzwischen in Hennert daheim. Genau, so ist es, ja. Oder Höhenhard. Ich weiß, ich weiß. Der Simon kennt sich aus, weil du bist aus Ried, wohnst aber inzwischen in Wien, schon seit einigen Jahren bis zum Studium dort hinkommen. Du hast auf Lehramt Englisch und Sport studiert, das ist auch abgeschlossen, jetzt aber nicht wirklich als Lehrer aktiv, weil du einfach andere Projekte sehr viel beschäftigen. Genau. Du bist Musiker und bist in ganz vielen Bandformationen und unterschiedlichste Projekte beteiligt. Und die wichtigsten, sage ich da jetzt mal, das ist Erwin und Edwin, da habt ihr dieses Jahr, 10-Jahres-Jubiläum, habe ich das richtig? Genau. Da singst du und hast früher auch viel Schlagzeug gespielt und jetzt bist du viel mehr Sänger, du bist ein Tenor, gell? Oder? Ich weiß nicht, ich glaube, ich bin ein Pariton, ich habe eine weite Range, aber ich glaube, am besten bin ich irgendwo in der Mitte. Am besten bist du irgendwo in der Mitte. Also für alles einzusetzen. Ja, genau. Und eben für alles einzusetzen, der Schlagzeug, ich habe auch gehört, du manchmal spielst eine Posaun. Ja, genau. Wenn es sein muss. Manchmal probiere ich dann zwei Weihnachten, dass ich mit dem Papa was auf der Posaun gemeinsam spiele, weil da spielt es eben auch. Und dann komme ich drauf, ich kann es eigentlich nicht wirklich. Aber für die Bühne reicht es, für die Paar Töne, die ich spiele. Okay, Bühnen-Posaunist. Ja, genau. Für die unwichtigen Sachen auf der Bühne. Weihnachten, ganz wichtig. Ja, also vor vier Leuten spielen, ist es viel schwieriger als vor tausend Leuten spielen, finde ich. Gut zu wissen, aber bevor wir auf das noch kommen, mag ich noch kurz sagen, du bist eine andere Gesangskapelle Hermann, die ja auch sehr, sehr bekannt ist. Du hast ja letztes Jahr 10-Jahres-Jubiläum gehabt, oder? Genau, also in Wirklichkeit haben beide Bands ziemlich zur selben Zeit Jubiläum, aber ich wollte nicht in einem Jahr zwei Jubiläum haben. Aber du hast in einem Jahr quasi zwei Band-Formationen gegründet. Ja, genau, eigentlich schon. Motiviert, würde ich mal sagen. Auch nicht schlecht. Genau, dann hast du auch noch ein Label. Omdrom, Omdrom? Omdrom. Omdrom, oder Omdrom. Omdrom Music. Und da nimmt es ja selbst auf und vor allem von der Gesangskapelle auch Sachen. Genau, also alles mögliche eigentlich. Ja, auf jeden Fall viel beschäftigt. Also mir wundert es nicht, dass du nicht zum Unterrichten kommst. Was euch beide verbindet, ihr seid ja beide im Innenviertel aufgewachsen. Habt ihr da so ein bisschen euch eine kulturelle Heimat oder vielleicht gar nicht kulturellen, künstlerischen Ursprünge eigentlich auch von da. Seid ihr dann beide nach Wien zum Studieren gegangen? Und habt ihr aber die Bezüge zum Innenviertel nicht verloren, sondern seid ihr immer noch da irgendwo verhaftet? Oder habt ihr euch eine Bezüge dazu? Oder seid ihr, eben wie du jetzt, Angelika, sehr, sehr gestalterischer unterwegs? Was hat denn für euch diese Anbindung irgendwie aufrechterhalten? Ich meine, die Anfänge, die Ursprünge waren natürlich da. Wir sind irgendwie über das Schulteater. Bei euch hat es in einem Schulteater gegeben und dass du mich spielst. Ja, also nein, es hat eigentlich gar keine Theatergruppen gegeben, aber wir haben irgendwie uns, wenn wir Referate oder so machen müssen, haben irgendwann angefangen, dass wir das spielen und nicht präsentieren, weil es irgendwie fad war einfach und wir mal was anderes machen wollten. Wirklich? Das habe ich auch noch nicht gehört, glaube ich. Ja, wir haben eigentlich coole Lehrer gehabt damals in der HLW, damals noch habe ich auch in Braunau, die gesagt haben, ja, macht ihr das. Und dann haben wir einen Streetworker aus Linz gehabt, der auch ein Kabarett gemacht hat und der dann mit uns ein Stück geschrieben hat, dass wir dann wirklich rund alles selber gemacht haben. Und das waren, wie gesagt, so die Anfänge. Und da habe ich festgestellt, dass mir das eigentlich taugt und mich interessiert und bin dabei geblieben. Mega spannend, also so, was die Jugend, also wie prägend die Jugend dann auch ist, was man da so erlebt und was einem da auch LehrerInnen ermöglichen. Ja. Und es sind eigentlich ziemlich viele Bezüge zu dem, was du jetzt machst. Ja, total, ja. Also Kabarett, Theater, du hast da ein Theaterfilm und Wienwissenschaft studiert und jetzt ist es ja das, was du in Braunau weiter aufrechterheizt in deiner Arbeit im Guck. Genau, jetzt halt von der, nicht mehr auf der Bühne, sondern im Hintergrund. Also möglicher drin. Ja, genau. Sozusagen. Simon, wie war das für dich? Es ist sicher bei mir auch so, dass mich da in der Schulzeit viel geprägt hat, glaube ich. Ich habe halt Schlagzeug gelernt, wie, glaube ich, sechs war, habe ich angefangen und am Anfang hat es mich eh überhaupt nicht gefreut, muss ich ehrlich sagen. Und ich habe eigentlich nie geübt, aber ich habe irgendwie ein Talent gehabt und deswegen hat mich, glaube auch der Lehrer immer weiter machen lassen. Und dann bin ich irgendwann in so eine Musikschule-Band gekommen, beim Lineker Hermann. Und das war, da hat es eigentlich angefangen, dass es mich dann wirklich interessiert. Wie ich gemerkt habe, auch mit anderen Leuten gemeinsam spielen, das ist irgendwie ganz was anderes. Ich habe es uns dort immer noch geübt, das hat mich überhaupt nicht gefreut. Und dann, sobald ich mit anderen Leuten was gemacht habe, habe ich gemerkt, ah, das ist ja irgendwie super. Und dann haben wir in Borg so eine Cover-Band gegründet. Das ist quasi eher ein bisschen mit dieser Musikschule-Band dann verschmolzen von den Leuten her. Und dann haben wir immer auf so Bälle gespielt, auf diese ganzen Schulbälle, ewig lang mit Jazz. Ich glaube, insgesamt haben wir dann sicher zwölf Jahre lang immer eigentlich auf die Borg-Bälle gespielt und auch auf andere Schulbälle in Röhrt. Angefangen hat das, da war ich 16 vielleicht, 15, 16. Und das hat sich dann durchzogen, bis ich 28, 29 war. Irgendwann ist es dann ein bisschen ausgetröpfelt, sind die Buchungen immer weniger geworden, weil wir uns auch nicht aktiv darum gekümmert haben. Es war halt so eine Formation, wo ganz viele verschiedene, wir waren zehn Leute und es waren ganz viele unterschiedliche Musiker, die ganz unterschiedliche Projekte machen. Der Fabi, der Gitarrist, der spielt bei La Braspanda zum Beispiel, jetzt gerade Boss. Und der Gerd schattelt lang mit der Mundwerk-Crew, war er unterwegs. Und der Wohli, der Sänger, der ist eben mit mir bei der Gesangskapelle. Und die Bläser waren alle in irgendwelche Orchester und so. Und genau, was wollte ich dir eigentlich erzählen? Ja, wie das halt damals so war, genau. Und bei der Musi war ich halt auch immer, und das hat mich sicher auch geprägt, das merke ich vor allem bei Erwin und Edwin sehr stark, dass ich diesen Blasmusikbezug einfach nie abgelegt habe. Und es hat so Elemente gegeben in der Blasmusik, die mir immer extrem getaugt haben. Irgendwie diese Boika, wenn es gut gespielt ist und selbst Märsche, irgendwie hat das immer was gehabt, was ich gespürt habe und was mir irgendwie getaugt hat. Ja, und es spielt sich auch wieder in deine aktuellen Projekte. Also wenn man sich das aktuelle Album anhört von der Gesangskapelle, da kommen ja auch Boika vor. Also auch genau, weil eine Gesangskapelle ist, sind die Einflüsse überhaupt sehr unterschiedlich. Aber ich glaube auch, dass man vor allem bei der A Cappella-Musik irgendwie, also und vor allem weil wir Mundart singen, da hört man natürlich diesen Oberösterreich-Bezug sehr stark. Und wir machen, oder wir haben viel Kooperationen auch mit Hans Kumpfmüller gemacht, der viele Texte für uns geschrieben hat. Und das sind dann wirklich die stark inviertlerischen Texte. Also da, wenn wir da in Wien was singen, teilweise kennen sich die Leute überhaupt nicht aus. Eine Geheimsprache. Ja, ein bisschen schade. Es sind wirklich so Wörter und auch so, ja, wenn es dann irgendwie um die Eigenschaften von Bauern geht oder so, natürlich wissen da Wiener überhaupt nicht, was damit anfangen sollen. Und selbst ich als Rieder kann das nicht immer hundertprozentig verstehen, was da eigentlich gemeint ist. Aber irgendwie hat er uns da das Ländliche sehr nahe gebracht, der Kumpfmüller. Ja. Ich habe euch ja auch, weil du gerade von Kumpfmüller sprichst, und ich habe euch ja auch gebeten, was mitzubringen zu der Frage, was bedeutet denn für euch Kunst und Kultur im Innenverdruck? Und ihr habt jetzt beide Bücher mitgebracht, die gerade auch vor uns liegen. Wollt ihr kurz sagen, was das für Bücher sind, weil Kumpfmüller gerade gefallen ist? Du hast uns vom Hans Kumpfmüller mitgebracht. Irgendwie, weil das war für mich auch so etwas Neues damals, wie ich einmal gesehen habe, wie eigentlich Literatur ausschauen kann, dass der Hans so eine arge Mundart Sprache in seine Bücher verwendet. Und wie er das verschriftlicht, dass das so richtig, wie es gesagt ist. Und wenn man das nur lest, dann versteht man es eigentlich nicht. Man muss das laut lesen, damit man es irgendwie versteht. Und auf das war ich gar nicht gekommen selber, dass ich Sachen so schreibe. Und irgendwie hat das bei mir dann, glaube ich, auch so ein bisschen die Sicht auf Mundart, auch im literarischen Sinn. Für mich war das immer die Sprache, die man redet. Und das andere ist die Sprache, die man schreibt, halt die Hochsprache. Für die, die den Hans Kumpfmüller nicht kennen, er ist Mundart-Dichter, kommt aus St. Georgen bei Obermberg. Genau, also dorthin. Genau. Und du hast ein Buch von einem mit, magst du das vorlesen, was oben steht? Also oben steht, Most Birnbaum Bonsai, in einem Wort quasi, weil es ja auch ein Wort ist. Und ich habe mir so ganz ein kurzes Gedicht, ich hoffe, ich kann es jetzt gut lesen. Der Hans kann das extrem gut, diese Sachen vortragen. Immer wenn es ein anderer macht, das finde ich nur halb so gut. Aber das passt irgendwie auch finde ich zu mir ganz gut. Unser jüngerer Bub hat jetzt zu Furt gehen angefangen und unser öderer hat jetzt zu Heim gehen aufgekehrt. Also das finde ich, da kann ich mich sehr damit identifizieren. Welcher von den Buben bist du? Ja, ich bin der öderer Bruder tatsächlich. Also ich war eine junge Schwester und ich habe tatsächlich irgendwann zu Heim gehen eher aufgekehrt und meine Schwester hat eigentlich zu Furt gehen nie recht angefangen. Spannend. Auch witzig. Also das ist einfach, finde ich das unglaublich Spannende, welchen Bezüge man einfach dazu herstellen kann für sich selbst. Und das ist einfach so ein extremer Wert davon Kunst und Kultur. Also so die eigene, wo auf einmal die Welt aufmacht. Irgendwo auch unglaublich Spannendes. Was du für Buch mitbrach hast du auch gerade vor und liegt ein, ich beschreibe es kurz. Es hat ein wunderschönes Grün. Es ist total lustig, weil ich habe ähnliche Gründe oder was Ähnliches dazu zu sagen. Ich meine natürlich, wie du gesagt hast, bringt es was zu dem Thema Kunst und Kultur im Innenviertel mit. Der erste Gedanke ist natürlich, naja, das ist ja unser Guckprogramm, das war halt echt viel aufgelegt gewesen und auch irgendwie fad und vor allem ist ja zum Vorlesen auch nicht so spannend. Aber wir haben eine Schauspielerin in unserem Ensemble, die sehr gut schreibt, die Doris Leb und von der ist dieses Buch, das ist ihr Erstlingswerk. Jetzt aber heißt es. Und ist Dialektpoesie. Auch ähnlich wie von Hans Kumpfmüller und mir geht es genauso. Also was im Dialekt geschrieben ist, zu lesen, ist ganz eine eigene Geschichte, ganz eine neue Erfahrung, weil man eigentlich immer noch Hochdeutsch lest. Und es ist ja echt schwierig. Also man muss irgendwie, man hängt da manchmal an einem Wort, man muss dreimal lesen, bis man dann, ah, ja, das ist eh, was man im Reden fünfmal am Tag verwendet, aber wenn es gelesen ist, ganz eine andere Sache ist. Und ich finde ihre Gedichte mega cool. Und das ist mir tatsächlich erst heute aufgefallen, dass hinten, ich weiß nicht, eine Widmung, ein Kommentar zu dem Buch von Simon Scharinger drauf ist, der ja Gesangskapelle-Hermann-Kollege vom Simon ist. Also von Simon Kramberger. Genau. Simon Scharinger. Die zwei Simons von der Gesangskapelle. Und es ist mir echt erst heute aufgefallen, dass das von Simon Scharinger ist. Und ich habe gesagt, du hast so grüne Markierungen da reingemacht, so. Ja. In weiser Voraussicht, dass du vielleicht wüsst, dass ich irgendwas draus vorlese. Sehr gern. Nachdem wir jetzt kurz vom Hans Kumpfmüller auch was gehört haben. Genau. Ich habe da so ein kurzes Gedicht ausgesucht. Zwischen zwei Zwetschgenbäben schaue ich auf Instagram. Perfekte Wohnzimmer, perfekte Kinder, perfekte Figuren, perfekte Münder. Zwischen zwei Zwetschgenbäben lösche ich Instagram. Schaue mir das Licht an, wie es durch die Est scheint. Hier ein Vogel zwitschern und ein Zwetschgen runterfallen. Zwischen zwei Zwetschgenbäben schaue ich nicht auf Instagram. Herzlehm, Rücksleben, Sexleben, Gespürsleben, Lebsleben. Zwischen zwei Zwetschgenbäben installiere ich Instagram. Finde es total schön und bezeichnend für die Gedichte von der Doris. Also alles sehr, sehr lebensnah. Oder wie der Simon da hinten auch gesagt hat oder geschrieben hat. Jetzt aber zeugt von dem ungeheuren Drang der Autorin, die Welt zu benennen und Literatur zu schaffen, die sich auf diese Welt bezieht. Besser kann man es nicht sagen, finde ich. Gut formulieren. Schon, oder? Ich muss jetzt auch immer unsere Pressetexte schreiben, weil dann nimmt sie wirklich Zeit. Bei mir ist es eher so, ich kann mich auch mit dem Gedicht von der Doris da identifizieren, weil ich sehr viel auf Instagram bin, weil ich habe, glaube ich, sieben Accounts. Und ich habe auch drei TikTok-Accounts und ich habe auch irgendwie zwölf Facebook-Accounts, wo ich eh die meisten nicht mehr nutze. Und dann habe ich noch ein paar YouTube-Kanäle. Und es ist mittlerweile einfach so aufwendig, auch mit den ganzen Bands halt, dass man irgendwie schaut, dass man da überall irgendwie dabei ist und dass man regelmäßig was macht. Und ja, so geht es mir auch irgendwie, dass ich mir dann manchmal denke, also warum schaue ich eigentlich wirklich den ganzen Tag ins Handy? Und dann irgendwann, also man kommt dann so rein und man muss sich wirklich, es braucht irgendeinen Cut oder irgendeinen Auslöser, damit ich mir denke, jetzt lege ich mir endlich das Handy wieder weg. Ja, total. Und man verliert sich so drin. Ja, voll, es ist echt gefährlich. Also du kannst 24-7 da irgendwie deine Zeit vergeuden. Und ich merke es eben selber auch und deswegen ist mir auch gleich dieses Gedicht so ins Auge gestochen. Ich mache das dann auch echt oft in der Früh, wenn ich mit dem Hund durch den Wald gehe oder so, dass ich halt schon jetzt auch fürs Guck-Postings mache oder so. Weil du, irgendwann musst du es machen, die Zeit geht da dann in der Arbeit wieder ab und eigentlich ist es total daneben, wenn man durch den Wald geht in der Woche aufs Handy schaut. Also es ist total absurd. Ja. Ja. Aber auch ein Spiegel unserer Zeit. Ganz genau, ja. Und ich meine, wir sind nur die Generation, die zumindest in unserer frühen Jugend ohne den Social Media aufgewachsen ist. Und das ist ja auch was, über das wir heute ein bisschen, oder in unserer Vorgabe, über das wir heute reden können, das Thema ist ein bisschen Jugendkultur auch. Und wir prägen die ja irgendwo auch mit. Also weil wir, jetzt seid es beides gestoltert, also du mit dem Guck und du mit deinen unzähligen Bandprojekten und auch Social Media Auftritte. Und das prägt ja auch unser Leben mit. Und auch die Frage, wie wollen wir, also zum einen wollen wir haben, dass die Leute vor Ort da hinkommen und nicht nur auf Social Media abhängen. Und dann zum anderen erreicht man die Leute durch Social Media. Genau. Sind die so ein... Ambivalent. Das ist wirklich schwierig, weil, also wie ich angefangen habe, dass ich Musik mache, war das noch viel klarer, was, wie man ein Promo macht für irgendwas und wie man Leute erreicht. Und wenn man irgendeine Musik rausbringt oder ein Konzert spielt, wo man das unterbringen muss, damit Leute kommen, da hat es irgendwie für so alternative Rap-Bands, hat es halt FM4 gegeben, gibt es zwar immer noch, aber hat auch einfach nicht mehr die Relevanz. Und da war es klar, auch wenn wir dort ein Single haben, dann bringt uns das extrem viel. Oder halt bei der Gesangskapelle waren es immer eher so Printmedien und Fernsehen natürlich, aber das verliert halt all so eine Relevanz. Ich glaube, wir haben dann mit der Gesangskapelle das Glück, dass wir einen Altersschnitt haben bei den Konzerten, der über unserem Alter liegt eigentlich. Und da gibt es, glaube ich, viele Leute, die nur auf die alten Medien zugreifen. Und deswegen ist es dort ein bisschen einfacher, irgendwie so Promo zu machen. Aber mit meinen anderen Bands überlege ich mir das, schaue ich mir, wie viel will ich eigentlich posten. Und wenn ich nichts mache, wie viel schadet mir das? Oder wen erreiche ich damit nicht? Aber ich bin halt selber auch nicht mehr der Jüngste. Ich bin jetzt 33 und denke mir, ich weiß nicht, ob ich so 16-Jährige überhaupt irgendwie erreichen kann, selbst wenn ich einen guten Content mache. Aber ich bin halt einfach doppelt so alt. Also für wen macht man Musik und wer würde es dann wirklich hören? Oder sollen die 16-jährigen Jugendlichen auch für sich selbst Musik machen? Genau. Also die Frage stelle ich mir jetzt schon in letzter Zeit immer wieder, wie jung muss ich eigentlich wirken in meine Projekte? Weil vielleicht passt es einfach auch, wenn ich irgendwo in dem Alter bleibe, wo ich mich selber befinde, jetzt vom Publikum her. Ich muss gerade auf die Uhr blicken und ich merke sie wirklich gar nicht aufhören zu reden. Aber wir sind so ein bisschen drüber. Ich könnte noch lange weiter reden. Genau. Und danke euch fürs Mitbringen. Wir haben auch was mitgebracht. Und zwar eine Box, die ich da jetzt von der Seite oder her in die Mitte stelle, wo ihr was rausziehen dürft. Wir haben Geschenke für euch und ich mache jetzt auf die Box. Unsere bunte Box für bunten Kuverts. Ihr dürft jeder ein Kuvert rausziehen. Das Pink ist eigentlich schön. Das gefällt mir gut. Das Lustige sind genau. Gender gerecht. Genau, ihr dürft es vorlesen, was oben steht. Gutschein für einen Wanderführer im Viertel von Andreas Mühlleitner. Genau, Andreas Mühlleitner hat uns nämlich einen Wanderführer geschenkt und da dürfen wir einen weitergeben. Der ist auch Fotograf. Kennst du den vielleicht? Ja, ich weiß auch, ich kenne auch den Wanderführer. Also ich habe ihn nicht, aber ich weiß. Großartig. Großartig. Und ihr habt einen Gutschein für zwei Personen zur Biermärzeröffnung. Das ist ja super. Schön. Was ist die Biermärzeröffnung? Ja, es gibt ja jedes Jahr den Innviertler Biermärz. Das Innviertel, der unglaublich viele Brauereien hat. Und die haben uns eben Quarten für den Biermärz zur Verfügung gestellt. Und es ist also um diese unglaubliche Vielfalt von Kunst und Kultur im Innviertel und einfach auch was sie kulturell sonst noch außerhalb von diesen institutionalisierten oder Musikgenres auch noch dort zu zeigen, haben wir gesagt, wir wollen das gerne mit einbauen und unsere Gesprächspartner und Partnerinnen auch damit beschenken. Danke. Dankeschön. Sehr cool. Genau, viel Spaß mit euren Geschenken. Danke. Danke fürs Dasein, Angelika Simon. Danke für die Einladung. Es war ein unglaublich angenehmes, spannendes Gespräch. Ich merke, wir hätten noch Stunden weiterreden können, aber hoffentlich bei einem anderen oder bei einem Stammtisch einmal. Ja, genau. Eine Rede. Genau. Und ja, schönen Tag euch noch. Danke fürs Dasein. Dir auch. Dankeschön. Danke. Das war es schon wieder mit unserer Podcast-Folge Kunst und Kultur im Innviertel, die im Rahmen eines Liederprojekts mit Unterstützung vom Bund, Land und der Europäischen Union entstanden ist. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.